So wen haben wir hier? Nicole. Was machst du jetzt gleich? Nur die Wand runterlaufen. Ich kann gerade nicht nach unten gucken, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, dass ich nach unten falle. Jetzt einmal die Hand weg. Ja. Wer wartet auf dich unten? Mein Vater, seine Frau und meine Schwester. Sag dir mal, die sollen winken. Das kann ich gerade nicht. Doch. Oh Gott. Ich glaube, ich bin ganz anders. Ja? Ja. Ich habe normalerweise Höhenangst. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Muss das hinter mir bleiben, ja, ne? Hinter diesem Leib, ja. Ja. Umzuheben. Danke. Komm mal vor, hier aufs Blech. Ja. Wir ändern das Seil. Einmal. So? Wie nach hinten geht's auch. Perfekt. Ja, du musst nur einfach festhalten. Also, ne? Wenn du festhältst, würdest du stehen. Aber dann eh so leicht bist, wirst du daran arbeiten, wenn du dazu bist. Das Seil gleich immer so ein bisschen zu dir einfach beziehen, ne? Wirst du aber gleich sehen. Dann fährst du mal so ein Stück runter und ziehle das Seil. Genau. Und wirst du gleich sofort werden. Jetzt will ich am Anfang. Guck mal, dass du hier aufs Schlüssel an die Kante stellst. Ein bisschen breitweilig. Also ich muss immer ein bisschen das Seil zu mir ziehen, dann muss ich auch vorne kommen, ja? Gleich. Hier erklärst du den Schritt für Schritt und führst du dann sofort intuitiv her. Schau mal hier. Das Spritzen muss ein bisschen bluber gucken. Komm, ich war da noch vorne, das bin nach hinten gezogen. Du hängst schon. Ja, ja. Das kann ich jetzt leider nicht ganz so. So. Jetzt noch mal schauen. So geht's, ne? Ja. Das ist mit dem genau. Ich glaube, die Kante und die Kante müssen wir das Ganze abholen. Ja. Schau mal. Ich schau mal, dass die Kante steht. Oder? Und noch ein bisschen mehr. Ja. 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 Das ist der Grund, das ist dann eigentlich das, das ist das, das ist das, das ist das. Oh Gott, super! Okay, dir kann nichts passieren, oder? Ne, dir kann nichts passieren, dann hängst du schon. Einfach nach vorne dran? Genau, Körperspannung nach vorne. Jawoll. Jetzt hängst du schon in den Wurzern, du musst dir die Hände nach vorne ziehen, das sage ich dir, die Hände. Genau, merkst du, bevor du jetzt kommst? Ja. Genau, das machst du jetzt immer weiter, bis du waagerecht bist. Ich sage dir dann, was jemand ist. Sehr gut. Perfekt. Es ist eigentlich gut, dass ich keine Schuhe habe, weil in den Zehn kann man sich viel besser festhalten. Ja. Du musst gleich gleich hier aufpassen, weil du willst wahrscheinlich relativ abwutschen, aber das ist prima. Ich sage nichts davon. Einfach weiterziehen, ich sage dir, was soweit ist. Okay. Dann kannst du am besten mal mit dem linken Fuß gleich hoch und erst mal von dir in die ganz gut machen. Jetzt? Ja, mach mal. Prima. Alles dick. Genau, da, wo du kannst. Da drauf. Ja, dann zieht sich da her. Ja, ja, perfekt. Supergut. Wichst du runter? Jawoll. So, jetzt einmal noch festhalten, nach rechts in die Kamera schauen. Einmal winken, bitte. Nein. Ja, los. Wird dazu. Alles klar. Jetzt einfach schön die Hände auf und runter laufen. Ja. 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 Da, ich glaube, ich brauche länger wie du. Ja, ich glaube, ich brauche länger wie du. Ja, die Wutten ganz schön. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017